Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Wenn ich mich hier so umschaue, Leute, ich habe ein XXXXXXXL, Amazon Haul, Fashion Haul, wie auch immer, PR Boxen Haul, Ultra Video für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr habt es gemerkt, es hat sich einiges in letzter Zeit bei mir angesammelt. Deswegen wird es Zeit, dass ich mal so langsam die Sachen zeige, die sich auch bei mir angesammelt haben. Denn durch die ganzen Adventskalender-Unboxings habe ich es da nicht so unbedingt geschafft, dann auch die anderen Sachen mit hier auf den Kanal zu bringen. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt machst du mal so ein großes Sammelvideo, wo ich verschiedene Sachen auch von verschiedenen Kooperationen noch mit reinpacke. Also ich würde erst mal sagen, ich, ja, fange jetzt erst mal an mit, mit fange ich an? Genau, mit Juriel fange ich an. Genau, Ärmel hochkrempeln, nicht vergessen. Juriel ist eine Schmuckmarke, die mich angeschrieben hatte und gefragt hat, Mensch Claudia, hast du nicht mehr Lust, vielleicht unsere Produkte zu zeigen, auszutesten und so weiter. Und ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, weil ich könnte diesen Schmuck tatsächlich jetzt auch tragen. Deswegen mache ich das. Da habe ich diese drei Döschen bekommen. Ich müsste auch einen Rabattcode für dich haben. Den blende ich dir auf jeden Fall hier mal ein und dann zeige ich dir erst mal, was das hier alles so ist. Als erstes haben wir hier ein wunder, wunderschönes Samtsäckchen. Und ist jetzt nicht so ultra hochwertig von dem Packaging her, aber was da drin ist, ist wunderschön. Und zwar ist hier ein, ja, Pärchen Ohrringe drin. Wenn man das so aufklappt, das ist eigentlich falsch rum. Eigentlich muss das wahrscheinlich so rum und dann könnte man die da so reinstecken. Ich nehme die mal eben aus ihrer Fohlen hier in Verpackung raus, denn ich habe mich mal wieder getraut, Kreolen zu nehmen. Man hört es und sieht es auch immer mehr, dass Menschen hier auf YouTube und auch allgemein Kreolen verwenden. Und das ist echt ein wundervoller Silberschmuck, den ich jetzt gerne mal tragen möchte. Das sind Clipser, also nicht Clipser, sondern Clip-in-Ohrringe, dass ich die quasi entsprechend rein, also so, dass man das hier so umlegen kann. Das finde ich immer sehr praktisch, dass es halt geschlossen ist. Ich habe ja sehr, sehr große Ohren und Ohrläppchen, also von daher ist es immer so eine Sache. Aber das sieht eigentlich echt gut aus. Also das kannst du dir auch gerne mal so ein bisschen aus der Nähe anschauen. Das gefällt mir, also mein Ohr, nicht wundern, ich habe immer rote Ohren, ne? Also das liegt jetzt nicht an dem Schmuck. Ich packe meine Ohren an und sie werden rot. Dementsprechend wirken die auch immer sehr rot, wenn ich mich schminke. Aber gut, ja, das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Übrigens habe ich meinen Augenlook heute. Also das ist jetzt eigentlich eher so ein messy Look, ne? Das ist jetzt kein Look in dem Sinne. Habe ich mit der Belle-Palette, die Disney-Palette von Essence geschminkt, ne? Genau, ja. Ich bin jetzt eigentlich nämlich fertig gemacht für ein Adventskalender-Unboxing, was ich nachher auch noch machen möchte. Weil ich habe heute ganz viele Lieferungen bekommen. So, ja, auf jeden Fall finde ich die schön, weil ich sie nicht zu groß finde. Weil wenn sie zu groß sind, dann wirken die auch schnell so ein bisschen billig. Also nicht die Ohrringe an sich, sondern der Mensch, der sie anhat, finde ich. Also bei mir sieht das so aus, ne? Das sieht dann echt übel aus. Und so von der Größe mag ich die echt gerne leiden. Die sind schön. Die sind auch schön dick. Also das fühlt sich hochwertig an und ich fühle mich damit echt wohl gerade. Dann habe ich hier noch das zweite Kästchen. Das ist ein eckiges, das hier halt eine leichte Erhebung hat und matt von außen ist. Die Ketten, die kennen wir doch alle, ne? Das sind diese ganz normalen Ketten mit diesen Plättchen dran. Das finde ich ganz schön. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist das alles Silberschmuck, ne? Das fühlt sich sehr, sehr leicht und filigran an, wenn man das so hält. So, dann mache ich mir die Kette mal um. Und das ist ja auch zur Zeit so innen mit diesen Ketten oder auch mit den Ketten, die so doppellagig sind und so. Genau. Das wollte ich auch mal so ein bisschen mitmachen, diesen Trend. Ich bin ja sonst nicht so der Ultra-Trendsetter. Ich kaufe mir einfach oder ziehe mir das an, was mir gefällt. Und das war's, ne? Aber die finde ich schön. Die finde ich echt schön. Das ist halt, ne? Ich hole dich gleich noch ein bisschen näher ran, wenn ich die andere Kette auch noch umhabe. Hier hat man dann auch wieder so ein Kästchen. Die bewahre ich mir tatsächlich auch immer gerne auf. Dass wenn ich dann mal irgendwas verschenke, was ich dann nur als Plastiktüte habe oder gekauft habe oder was ich so im Laden gekauft habe, zum Beispiel bei so bei Bijou Brigitte oder sowas, ne? In der Stadt. Dann packe ich das gerne in so ein Kästchen. Das sieht dann immer edler aus. In so einem gleichen Kästchen befindet sich auch dann die nächste Kette. Die bekommst du tatsächlich auch in verschiedenen Farben. Also ich bin ein Silbermensch. Also ich trage wirklich nur Silberschmuck oder silberfarbenen Spuck. Ich bin nicht so Gold oder, keine Ahnung, das mag ich nicht so gerne. Oder Roségold. Mag ich an anderen unheimlich gerne. Aber wenn du halt dich auf eine Farbe beschränkt hast, sage ich mal, dann bleibst du ja meistens auch dabei. Die hat halt hier auf dieser Seite ein Emblem drauf. Und wenn du das Emblem nicht magst, kannst du sie ja einfach andersrum tragen. Da ist sie nämlich schlicht. Das finde ich halt auch echt cool, ne? Es ist wendemäßig. Ich glaube, dass da tatsächlich besser zu passen würde, wenn ich dieses Plättchen nach außen trage. Aber nee, ich nehme das Emblem. Ich finde immer selber Ketten anlegen, ist immer so ein Spektakel für sich. So sieht das dann in Kombination getragen aus. Finde ich eigentlich ganz schön. Ich muss sagen, dass ich diese Kette, diese Hundekette oder die Emblemkette jetzt nicht so ultra schön finde. Ich hole dich mal ein bisschen näher ran, dann siehst du das auch von nahem, ne? Also ist ganz schick, wenn man das so doppellagig trägt. Aber ich würde hierzu tatsächlich eine etwas filigranere Kette bevorzugen. Oder eben hier, dass du da kein Symbol drauf hast. Ja, da muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank an Juriel. Das ist eine sehr, sehr coole Kombination. Das gefällt mir, diese drei Produkte auf jeden Fall. Und ich trage sie jetzt auch gerne. Also ab jetzt, jetzt habe ich sie ja ausgepackt. Freut mich. So, als nächstes habe ich hier ein Produkt, was ich auf Amazon bestellt habe. Und zwar ist das eine Menstruationstasse, beziehungsweise ein Menstruationstassen-Set. Warum habe ich mir die neu bestellt? Ganz einfach, weil ich ein Menstruationstassen-Video demnächst drehen möchte. Und dir natürlich nicht meine Benutzer zeigen wollte. Ja, das sind halt diese ganz normalen Menstruationstassen, die Frau während ihrer Periode verwenden kann. Genau, die fand ich jetzt auch total praktisch. Ich verlinke dir übrigens alles, was ich hier so finde, auch in der Infobox. Hier hast du nämlich so einen Behälter mit dabei, wo du nicht nur deine Menstruationstasse mit transportieren kannst, in der Tasche, was ich gut finde. Sondern du kannst sie auch da drin auskochen. Das ist auch schön, ne? Also da einfach das kochende Wasser rein, da musst du da nicht irgendwas anderes von nehmen. Genau, das hier sind jetzt zwei Stück in zwei verschiedenen Größen. Einmal S und einmal L müsste das sein. Und ja, auch noch ein Säckchen mit Schmetterlingen mit dabei. Ach, was fein. Und ja, das lasse ich jetzt aber erstmal drin. Da wollte ich halt erst, ne, ein separates Video noch zu drehen. Finde ich aber ganz hübsch, wie es hier so drin ist. Und wie gesagt, Video folgt in der Winterzeit eher. Genau, wenn die ganzen Adventskalender, die hier so stehen, ausgepackt sind. Genau, ja. Dann habe ich etwas zugeschickt bekommen, was mich extrem überrascht hat und was ich voll schön finde. Und zwar habe ich ja euch schon mal erzählt von Impress Mimi. Impress Mimi ist eine Marke, wo du online quasi so eine Art Dessous-Abo abschließen kannst. Und dann bekommst du diese Produkte zugeschickt, was ich echt geil finde. Und ja, das möchte ich jetzt einmal anziehen, beziehungsweise ich trage es über der Kleidung. Und ich habe noch keine Ahnung, was das ist. Das heißt auch eine First Impression für mich. Ich bin da ein bisschen aufgeregt, aber wir schaffen das. Es ist super schön mit so einem Schleifchen zugemacht. Dann steht hier drauf, La Vie en Rose, Impress Mimi. Ne, das ist dann vielleicht irgendwas Rotes. Mal gucken, so passend für die weihnachtliche Vorzeit. Oh ne, so sieht das aus. Auch die Infos dazu verlinke ich dir unten in der Infobox. Ich habe da jetzt kein Rabatt-Coupon oder sowas. Aber ja, so dann hast du hier immer so ein Heftchen noch mit dabei. Da stehen dann so ein paar Informationen drin. Das ist immer schön designt. Ne, das finde ich total klasse. Okay, also hier in diesem Heftchen steht auf jeden Fall, dass die sagen, Hey Leute, wir wissen, wie aufregend das Leben sein kann, wie anstrengend das sein kann. Wir haben dir hier mal so ein bisschen was reingepackt. Einfach mal so ein bisschen eine Ode daran, dass du das Leben durch die rosa-rote Brille sehen kannst. Genau, und da ist ein Set drin. Was sehr, sehr interessant zu wissen ist, Impress Mimi bietet auch verschiedene Abo-Formen an. Also da gibt es die Queen Box, Impress Box, die House of Frillies Box. Das heißt, du kannst dir halt, ja, verschiedene Abo-Arten in dem Sinne wählen, dass du sagst, wie teuer darf quasi das Produkt sein oder darf, ja, das Abo sein. Das ist immer ganz wichtig. Und hier habe ich halt dieses Set drin. Und, oh, das letzte, was ich in Türkis hatte, fand ich schon so wundervoll. Und hier haben wir jetzt, oh, das ist auch hübsch. Das ist so ein Bralette, ne? Das ist echt hübsch. Und hinten auch wieder so schön gemacht. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich verstehen werde, wie ich da reinkomme. Und dazu dann eine Unterhose passend, die du auch verstellen kannst, was ich auch super finde. Weil so kannst du dir das dann auch auf deine Größe anpassen, ne? Das heißt, selbst hier hast du verstellbare Träger an der Unterhose. Das ist klasse. Das ist vor allem auch voll schön. Das ist hochwertig. Beim letzten Mal habe ich mich erschrocken, wie teuer das ist. Also, das ist sehr, sehr hochwertig, was ihr da geschickt bekommt. Ja, ne? Wirklich ganz, ganz hochwertige Dessous. Wunderschöne Sachen. Und auch das, du kannst alles verstellen. Du kannst die Träger hier oben verstellen. Du kannst hier hinten die Breite auch verstellen, auf deine Größe zugeschnitten. Ich meine, die haben meine Größe, ne? Dementsprechend passen die Sachen auch. Aber theoretisch könnte man dann auch nochmal zu, abnehmen, wachsen, schrumpfen, wie auch immer. Und ich finde das so schön. Ich meine, vielen, vielen Dank, Empress Mimi. Nein, ich möchte das Oberteil einmal, glaube ich, anprobieren. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Beziehungsweise, ich ziehe es mir einfach mal drüber. Ja. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich das angezogen hatte, hatte ich ein ähnliches T-Shirt an wie jetzt, ne? Auch so ein Künftchen-Ding. So, Mädels, wir sind ja unter uns, ne? Da kann man dann auch mal sowas hier über der Kleidung tragen. Ähm, ne? Genau. Ich richte das noch hier schön. Och, diese Spitze ist auch herrlich. Also, so sieht das dann quasi getragen aus. Finde ich echt hübsch gemacht, ne? Also, das sieht so hochwertig aus. Du siehst da echt elegant und edel und sieht süß aus. Es gefällt mir. Ich bin vielleicht ein bisschen blass dafür, ne? Weil das halt so ein bisschen dieses Rosane, aber ich finde es halt auch irgendwie echt schön. Und erinnert mich so an französische Mode, muss ich gestehen. Von hinten sieht das dann so aus. Schick. Das könnt ihr euch tatsächlich auch hier ganz normal nach Deutschland oder so liefern lassen. Oder nach Österreich. Weil die Firma sitzt in London. Und die verschiffen oder versenden, ich glaube sogar weltweit. Also, das ist schon cool. Du kriegst es übrigens nie wieder. Nie, nie wieder. Hier so schön rein, wie die das geliefert haben. Das ist immer so ein bisschen traurig. Aber na. High Quality. Ich habe mir übrigens einiges bei Amazon von Luvia bestellt. Das verlinke ich dir auch mal alles in der Infobox. Ich weiß nicht, ob das noch verfügbar sein wird. Weil der liebe Maxime Giacomo hat ein Prime Glow Kit rausgebracht. Mit Luvia in Kooperation. Das hat er diese Woche erst geteasert. Und ich habe es direkt bestellt. Das ist... Das sah so heiß bei ihm aus. Das ist so, so geil. Der hat seine eigene Highlighter-Palette nämlich rausgebracht. Und es ist nicht nur eine Highlighter-Palette mit sechs unfassbar, unfassbar krassen Tönen. Es ist hier unten sogar so ein Farbverlaufton. Sondern es ist einfach ein Pinsel mit dabei. Du hast einen Spiegel mit dabei, wo ich die Folie noch abziehen muss. Also großartig. Und der Pinsel ist schön. Und ich mache mir mal eben den Highlighter drauf. Ich habe zwar jetzt einen Highlighter drauf. Aber ich nehme mal die Farbe Karma. Wir kennen alle Maxime, oder? Das wird derbe sein. Oh, Baby! Was hat er nur rausgebracht? Das ist ja eine Spiegel-Palette. Das ist keine Highlighter-Palette. Das ist ja ein Spiegel. Oh Mann, ich freue mich so für ihn, dass er das gemacht hat. Ich schaue den echt seitdem der, ich weiß es nicht, 100 Abonnenten hat oder so. Und ich habe mich so sehr gefreut. Alter! Als er sagte, der hat was am Laufen, dass er quasi eine Kooperation so starten würde und so. Und dass er dann so ein geiles Zeug rausbringt. Das macht mich sehr glücklich. Und das freut mich für ihn extrem gut. Und, eieiei, das ist so schön. Lovia meets Maxime Giacomo. Ne? Geil. Achso, dass es in diesem Video eine Verlosung gibt, habe ich wahrscheinlich auch schon gesagt, oder nicht? Ansonsten sage ich es halt jetzt. Ähm, ja. Ich habe da noch zwei Produkte geholt, weil ich ja demnächst noch Adventskalender mache. Da habe ich einmal von Lovia die vier Mini-Make-Up-Blending-Sponges geholt. Das sind welche, die du halt auch für die untere Augenpartie nehmen kannst. Und dann habe ich die Travel-Size-Pinsel geholt, weil, naja, sowas kannst du halt dann auch wirklich in die Adventskalender mit reinmachen, wenn das Boxen sind, ne? Wenn ich jetzt so große Sachen hole, ist es immer etwas schwer. Und das fand ich ganz cool, weil Lovia-Pinsel finde ich richtig klasse. Und da hast du schöne Pinsel drin. Das ist mit vier essentiellen Pinseln für Puder, Lidschatten und Highlighter sowie einem Pinselhalter. Und, ja, Pinselhalter, damit ist ja dieses weiße Ding gemeint, was du da siehst. Ja, ne? Adventskalenderzeit ist aktuell im Gange und dementsprechend fülle ich dann auch andere Adventskalender. Dazu wird es auch noch Videos geben, wie ich die Adventskalender fülle. Vor allem die 6000 Abonnenten-Verlosung, die auch noch kommen wird. Aber es ist alles so schnell auf einmal gegangen, dass ich noch alles gar nicht da hatte. Und in diesem Video kannst du auch etwas von Lovia gewinnen. Und zwar habe ich hier die Color Glam Eyeshadow Palette Criminal Shades Volume 1. Das ist eine richtig, richtig bunte Lidschattenpalette. Die nehme ich jetzt bewusst nicht raus. Also die Farben, die hier hinten drauf sind, die sind quasi dezent in Relation zu dem, was quasi in diesem Ding drin ist. Ich möchte es aber nicht rausnehmen, weil dann datsche ich das an und dann habt ihr meine Fingerabdrücke drauf, ne? Genau. Die kannst du hier gewinnen. Was du dafür tun musst, das steht alles unten in der Infobox. Unten in der Infobox. Manchmal merke ich so ein bisschen noch, so ein bisschen Slang von hier. Genau. Hauptsächlich Abonnent meines Kanals sein. Das solltest du entweder jetzt schon sein oder jetzt nachholen. Das kannst du hier unten einmal machen. Würde ich mich auch mega drüber freuen. Und ja, ne? Das kommt in die Verlosung mit rein. Okay. Ein Beauty-Produkt. Zwei Beauty. Ein bisschen Beauty habe ich noch. Ja. Da habe ich hier die Aurora Lights Palette von BH Cosmetics. 10-Piece Brush Set with Cosmetic Bag. Genau. Die habe ich mir jetzt einfach mal geholt, weil die waren irgendwie auch auf Amazon reduziert oder so. Und dann habe ich mir die mitgenommen. Da verlinke ich die unten auch mal in der Infobox. Und deswegen sind die jetzt auch hier mit dabei. Die sind wundervoll. Das sind einfach schöne Pinsel, die jetzt noch alle verpackt sind. Aber nur mal so exemplarisch. BH Cosmetics Pinsel sind einfach herrlich. Muss nichts groß zu sagen, finde ich. Also das ist eine gute Qualität zu einem günstigen Preis. Und alles vollkommen fair. Und das wurde halt geliefert in so einer Make-Up Bag. Die finde ich auch ganz cool. Die kann man dann halt weiterverwenden. Ich verwende die gerne, wenn ich Tauschpakete mache, dass ich so Produkte da reinpacke. Und die ist echt schön. Fand ich poppig. Fand ich toll. Und ja. Gefällt mir. So, dann habe ich mir noch so Polierstreifen für die Zähne geholt. Das muss mir aber meine Zahnfee des Vertrauens echt nochmal erklären. Das sind halt... Es ist keine klassische Zahnseide. Sondern das sind halt richtig diese... Ne? Die... Polierstreifen, sage ich mal. Die man verwendet bekommt, wenn man eine professionelle Zahnreinigung bekommt. Da werden die Zahnzwischenräume gereinigt. Und ich bin ja bekanntermaßen ein Kaffeetrinker. Dementsprechend habe ich meine Verfärbung. Und da kann mit dem halt entgegengewirkt werden. Ich komme damit aber null klar. Also das muss ich mir voll nochmal erklären. Ich habe das versucht, weil meine Zähne sehr eng zusammenstehen. Und ich komme da nicht zwischen. Das muss die mir erklären. Sandra, hilf mir. Aber ich habe bald geblitzert. Ja, dann zeigt sie mir das. So. Jetzt würde ich sagen... Ne, zwei habe ich noch und dann komme ich zum Anziehen. Ne? Genau. Da habe ich mir so Washi-Tapes geholt. Das ist halt auch irgendwie so ein chinesisches Krams gewesen. Es kommt immer ziemlich blöd an, wenn es geliefert wird, finde ich. Aber ich fand das eigentlich ganz niedlich. Hier hast du so auch Eisbären und sowas drauf. Und ne? Das ist so ein Bärchen-Washi-Tape. Mie-Bär und so weiter. Also wenn da halt was draufgedruckt ist, finde ich das immer so ein bisschen... Hm. Weil man das halt nicht wirklich dann lesen kann. Manchmal hast du es sogar chinesisch draufgedruckt. Aber gut. Hier nicht. Das hier ist dann dieses Bonjour Paris, Bon Voyage. Also hier ist sowas ganz Französisches mit drauf. Was ist das? Little Red Riding irgendwas. Hood. Rotkäppchen quasi. Keine Ahnung. Habe ich mir einfach geholt, weil ich sowas auch ganz gerne verwende. Gerade wenn ich jetzt so wieder einige Verlosungspakete habe. Oder Tauschpakete, Trashpakete. Schlagt mich tot. Sowas alles. Dafür nehme ich das ganz gerne anstatt von Tesafil. Kommen wir zu den ganzen Kleidungssachen. Fashion Part, ne? Da habe ich jetzt erstmal einiges, was ich von G-Kale zugeschickt bekommen habe. Wenn ich einen Gutschein habe und ich glaube, ich habe einen, blende ich Ihnen die hier mal ein. Genau. Ich glaube, irgendwas mit Claudies Welt 20 oder so war das. Keine Ahnung. Ich habe es eben eingeblendet. Genau. Da habe ich mir Sachen aussuchen können, dürfen, ne? Und habe sie jetzt hier und wollte sie dann zusammen mit dir einmal hier anprobieren, einmal testen. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich die auch endlich im Alltag tragen kann. Das Päckchen liegt hier leider schon eine Weile und ich habe es echt nicht hingekriegt, es anzuprobieren. Und jetzt mache ich das in einem Live-Test mit dir zusammen. Das Ganze kommt in so einem Säckchen daher, beziehungsweise in einer Tüte. Das ist übrigens eine Marke aus Schweden, was ich super interessant finde. Ja, und hier habe ich die Teile, die ich jetzt einfach mal mit dir anprobieren möchte. Es ist sehr, sehr herbstlich. Und please be careful when trying on this garment. Das finde ich auch sehr, sehr nett, wenn die halt einen darauf hinweisen, hey, ne? Leute, es sind halt wirklich Kleidungsstücke und jeder hat, also die sind sehr toll und wir haben da unsere Liebe reingesteckt. Und ja, eine Bedrucktüte. Als erstes habe ich mir tatsächlich mal ein Crop-Top hier geholt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob mir das stehen wird und wie das überhaupt und überhaupt und sowieso. Ich bin ja nicht so der Crop-Top-Mensch und dann auch noch auf Schulter und huuuh, aber wir gucken mal. Was ich übrigens auch dazu sagen muss, die Produkte riechen null jetzt irgendwie, ne? Wie man das halt auch manchmal bei H&M kennt. Und dann machst du die Tüte auf und sofort das ganze Zimmer riecht nach diesem Gedöns, womit das Ganze halt begast wurde. Damit halt auf dem Transportweg die ganzen Viecher absterben. Dafür ist es übrigens, ne? Genau, eine Hose habe ich hier jetzt nicht. Das heißt, ihr seht dann die Klamotten angezogen mit meiner wundervollen Jogginghose. Läuft. Okay, das wäre das erste Teil und ja, das ziehen wir doch einfach mal an. Ja, eigentlich trägt man sowas am besten dann ja tatsächlich zu einem, zu einer High-Waist-Jeans oder so. Aber die habe ich jetzt nun mal gerade nicht an. Deswegen, ja, seht ihr das Ganze, wie es nun mal aussieht. Und jo, ne? So habe ich das dann halt hier jetzt. Da ist mein Bauchi. Und ja. Würde ich so zur Arbeit gehen? Nein. Aber auf die Straße könnte ich mir gut vorstellen. Es sitzt übrigens so gut hier. Es ist so eine gute Qualität, dass ich nicht die Angst hätte, dass mir das runterrutscht. Das ist so fest. Das sitzt echt klasse. Und irgendwie macht das ganz schön große Möppen. Das finde ich auch wieder ziemlich witzig. Aber, ne? Ich mag die Farbe und irgendwie mag ich auch den Schnitt. Ich müsste mir dazu mal eine High-Waist-Jeans irgendwie organisieren oder so. So ist es jetzt ein bisschen. Ich fühle mich gerade ein bisschen nackt vor der Kamera, muss ich gestehen, ne? Bin ich ehrlich. Also so könnte ich auf jeden Fall überhaupt kein Problem hier sitzen, ne? Weil man das dann halt nur so sieht. Aber mein Bauch, ne? Muss jetzt ja nicht irgendwie ständig in die Kamera gehalten werden. Aber ich finde das Teil toll. Und ich werde es auch gerne tragen. Und der Stoff fühlt sich so schön an. Also Wahnsinn. Und das ist hier halt geriffelt an dem Brust- und Oberbauchbereich, sage ich mal. Und hier hast du so einen ganz feinen Stoff. Und also richtig toll. Wirklich, wirklich toll. Das ist eine umwerfend richtig gute Qualität. Wow. Da schon mal Respekt an Jiquel. Also das ist echt geil. Das hier ist jetzt in der Größe S. Das ist auch wieder ein Pastelton. Und das ist auch wieder ein Oberteil. Fühlt sich richtig schön schwer an. Nicht nur, weil hier noch ein Papier zwischen ist. Sondern weil das Produkt einfach ordentlich ist, ne? Das finde ich so schön. Wow. Das ist so, so schön. Das muss ich jetzt anziehen. Das ist halt ein Langarmshirt. Und auch wieder so ein bisschen schulterfrei. Das gefällt mir einfach unheimlich gut. Das fühlt sich so an, als würde es tatsächlich auch im Herbst sehr, sehr schön warm sein. Aber nicht zu warm. Ich mag dieses Pastellige irgendwie so gerne. Das sieht echt klasse aus. Ich ziehe es an. Also einen schwarzen BH sollte man da jetzt nicht unbedingt runterziehen. Aber, meine Herren, ist das schön. Ist das schön. Ist das schön. Oh, ich mag das. Ich finde das richtig toll. Ich mag, dass es hier unten diese Riffelchen hat. Ich mag es, dass die Ärmel lang genug sind und dass es auch so Riffelchen hat. Ich mag die Farbe. Ich mag den Schnitt. Ich mag es so, so gerne. Und ich fühle mich gerade so wohl damit. Also, das ist klasse. Das ist richtig klasse. Mann. Das ist so schön. Echt. Das ist richtig klasse. Und es rutscht hier auch nicht. Also, du hast hier nämlich noch so einen extra Gummizug mit drin. Dass es halt wirklich an Ort und Stelle sitzt. Du hast es einfach so schön geschnitten. Die Ärmel sind halt so dran, dass es einfach sitzt und dir nicht über den Tag runterrutschen wird. Da habe ich persönlich nämlich bei schulterfreien Sachen immer so die Probleme. Ich würde es wahrscheinlich nicht mit einem trägerlosen BH tragen, weil trägerlose BHs machen bei mir einfach keinen Sinn. Ich würde dann da ein BH drunter ziehen, der auch entweder in diesem pastellig Peach ist oder der halt weiße Träger hat. Durchsichtige Träger passen bei mir auch nicht. Aber jetzt gerade mit diesem Schmuck übrigens passt es super gut zusammen. Und ich fühle mich gerade so ein bisschen stylisch. Ich bin sonst ja überhaupt nicht stylisch. Aber das gefällt mir. Ich muss nochmal aufstehen. Ich mag es, ne? Leute, guckt euch da auf jeden Fall mal um. Die haben so schöne Sachen. Echt, also, ne? Da. Schick. Richtig schick. Ich bin übrigens 1,73 groß, so zum Verhältnis, falls ihr das wissen wollt. Genau. Jetzt haben wir das nächste. Das ist in One Size. Oh ja. Und das ist auch wieder ein schulterfreies Oberteil, was ich jetzt auch anziehen werde. Das ist halt mit Streifen drauf. Das scheint mir auch wieder relativ kurz zu sein. Also auch dazu müsste ich mir ein High Waist Jeans mal organisieren. Eine High Waist Hose. Also ich habe tatsächlich eine schwarze High Waist Hose. Glaube ich. Ja, so halb. So eine Anzugshose ist das, ne? Aber dazu würden solche Kleidungsstücke richtig gut aussehen. Solche Oberteile. Das gefällt mir. So, das wird jetzt auch gleich angezogen. Das hier hat einen irre weichen Stoff. Das fühlt sich so toll an. Und richtig schön dick fühlt sich das an. Das ist so toll für den Herbst. 100% Polyamid ist das. Okay. Ja, das wird jetzt erstmal angezogen. Oh mein Gott, das ist so, so schick. Du hast hier das einmal umgeklappt, dass du das hier so ein bisschen doppelt hast. Dann auch oben. Es hält wieder alles 1A. Es ist ein bisschen kürzer halt, ne? Also dazu dann auch eher etwas höhere Hosen anziehen oder die Hose einfach mal hochziehen und nicht immer auf Hüfte tragen. Aber ich habe mir jetzt auch bei H&M Hosen bestellt, die einfach etwas höher sitzen. Auch allein in Anbetracht der Tatsache, es kommt der Herbst, da sollte man vielleicht etwas höhere Hosen tragen und nicht immer rückenfrei rumlaufen. Meine Mama ist stolz auf mich. Okay. Die Ärmel sind schön lang und der Pulli fühlt sich richtig bequem und warm und toll an, ne? Also die Qualität gefällt mir einfach. Dann einfach ganz schlicht schwarz-weiß hier gestreift, ne? Mag ich unheimlich gerne. Das ist wohl irgendwie in der Größe One Size oder so. Das finde ich auch sehr interessant. Und übrigens, das erste Produkt, was ich anhatte, war auch in One Size, wenn ich das jetzt richtig lese hier. Genau. Also das Einzige, was eine Größe hatte, war wirklich das, was ich eben anhatte. Das Peachige. So. Ja. Gefällt mir. Finde ich mega toll. Ich fühle mich echt so angezogen jetzt damit. Ich fühle mich gut eingekleidet und ja, weiß ich nicht. Es ist schön herbstlich, aber gleichzeitig zeigst du ja noch ein bisschen Haut, dass du so ein bisschen noch die Summer-Vibes, ein bisschen noch so, ne, dieses Nebulöse, wie auch immer, hast. Und ich finde es voll schön. Genau. Dazu würde ich übrigens auch so einen schwarzen BH tragen. Also, ne, wie gesagt, ich trage einfach keine trägerlosen BHs. Das sieht bei mir doof aus. Da habe ich dann einfach solche Träger. Aber natürlich, ne, sähe das vom Effekt her viel, viel schöner aus, wenn ich jetzt hier so sitzen würde. Aber es macht bei meinen Möpsis keinen Sinn. So. Äh. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt habe ich etwas für, wenn es so richtig kalt wird. Das hier ist so ein richtig kuscheliger Pulli. Und, oh, darauf freue ich mich. Den anziehen und dann schön vorm Kamin sitzen und einfach genießen. Das ist toll. Leute, der fühlt sich an, als wäre er der weicheste Pullover der Welt. Null am Kratzen. Null. Ich, oh, ich muss den auf der Haut spüren. So, das ist jetzt tatsächlich auch der Hardcore-Test, denn ich habe nichts drunter. Also, ich habe ein BH drunter, ne, aber jetzt nicht einen Top oder so. Dass ich jetzt quasi überall auf der Haut spüren könnte, wenn er kratzen würde. Gar nicht. Null. Der ist jetzt natürlich irre warm, aber, oh, den kannst du auch so tragen, ne, so ein bisschen oder so. So ein bisschen chilliger. Aber, oh, ich werde ihn wahrscheinlich eh immer so tragen. Und auch da mit der Kette und so. Also, ich fühle mich gerade voll, voll Influencer-like, Leute. Also, jetzt mal so ein bisschen stylisch als sonst, ne. Ja, sonst bin ich ja nicht so gestylt. Aber ich finde, dass dieser Pullover von der Farbe her auch super zu meinen Haaren passt. Weil ich ja als Blondie dann so ein bisschen auch mal solche erdigen Töne gut tragen kann. Und ich finde den voll toll. Meine Güte. Also, die Ärmel sind wieder richtig schön lang. Also, das ist ja One Size. Deswegen konnte man da gar nicht irgendeine andere Größe auswählen. Die, oh, guck dir das an. Das ist so richtig kuschelig, ne. Wenn man direkt kuscheln und auf die Couch. Die Länge ist hier jetzt übrigens deutlich länger. Also, das ist halt richtig ein Kuschelpullover für rundum-sorglos-Paket. Und, ja. Ist auch schön weich. Flausi ist der. Sehr, sehr toll. Das ist fast schon mein Lieblingsstück jetzt bei den vier Produkten, muss ich gestehen. Ich bin dann so ein ganz gemütlicher Mensch. Ich gucke auch hier mal rein, ob ich da irgendwelche Angaben finde. 70% Acrylic und 30% Polyester. Ist das Acryl dann? 70%? Keine Ahnung. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr weich, sehr hochwertig und sehr, sehr schön an. Und, ja. Jetzt ein bisschen warm gerade, aber es ist voll toll. Mir gefällt er auf jeden Fall, ne. Wie gesagt, guckt auf jeden Fall bei der Homepage Cickel vorbei. Und schaut euch da mal um. Die haben echt tolle Sachen, ne. Das sind halt auch so Basic-Sachen. Das sind aber auch etwas stylischere, schickere Sachen. Genau. So. Den kremple ich jetzt erstmal hoch, weil sonst wird es mir hier echt zu warm. Ja, aber ich finde den schön. Muss ich nur nochmal gesagt haben, ne. Ja. Ja. Okay. Gut. Vielen, vielen Dank, Anchi Kell, dass ihr mir die Produkte habt zukommen lassen. Dass ich mir da was aussuchen durfte bei euch in eurem Online-Shop. Das ist echt großartig. Das sind ganz tolle, kuschelige Produkte. Mega. Ja. Weiter geht's. Und zwar habe ich was für meinen Freund bestellt. Mein Freund arbeitet ja genau wie ich auch im Büro und hat dann auch eine Bürotasche. Und ich habe seine Tasche jetzt letztens gesehen. Die hat er jetzt schon seit Jahren. Und ich habe mir gedacht, okay, neuer Job, neues Glück. Da gibt es dann jetzt eine neue Tasche. Er hatte vorher diese hier von, weiß ich nicht, Office, Bands, irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ich mag sie nicht so gerne. Ich finde sie zum einen sehr, sehr klobig, sehr, sehr groß. Das Material hier wird sehr, sehr schnell dreckig. Das mochte ich überhaupt nicht leiden. Und da habe ich mir gedacht, so, das wäre doch mal schön, wenn er was Neues kriegen würde. Dann habe ich mich so ein bisschen online umgeschaut, habe aber noch nicht das Richtige gefunden. Hatte aber dann auch das ein oder andere Mal so auf, hm, vielleicht gesetzt. Und dann hat mich eine ganz liebe Firma angeschrieben. Und zwar die Firma Don Bolso. Die Firma Don Bolso vertreibt sehr, sehr, sehr schöne Lederwaren. Lederwaren, ähm, hatte mich eigentlich gefragt, ob ich eine Geldbörse von denen testen möchte. Dann habe ich bei denen auf dem Online-Shop geschaut und auch auf Amazon und habe gesehen, ah, die haben genau so eine Tasche, nach der ich eigentlich gesucht habe. Und habe dann ganz, ganz vorsichtig nachgefragt, weil das überhaupt nicht so sonst in meinem Budget gelegen hätte, sage ich mal, ne. Und, ähm, ja, weil ich aber trotzdem meinem Freund eine große Freude machen wollte, habe ich echt sehr lieb nachgefragt. Und ich habe tatsächlich eine wunderschöne Tasche bekommen. Geliefert wird die Tasche in einem schönen Sack. Nennen wir es einfach mal Turnbeutel. Also vom, äh, Design vom Stoff her, von, von der Idee her, ne. Das ist halt eine Tasche, die du hier, ähm, öffnen und schließen kannst. Und, oh, ich habe einen Knoten reingemacht. Auf jeden Fall kann man sie ganz normal öffnen. Und dann, oh, hast du diesen Duft schon da drin. Und jetzt passen zu diesem Oberteil natürlich, ne. Passt. Als hätte ich es geplant, habe ich aber nicht. So, dann bekommt man eine wunder, wunder, wunderschöne Tasche hier raus. Ach, ist die geil. Die ist so hochwertig. So, so schick. Ja, und weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, ne, die kann ich ihm noch schenken. Und, ähm, ja, da wird mein Freund sich auch irre freuen. Das ist einfach eine hochwertige, irre gute Qualität. Und deswegen, du hast da genug Platz drin, genug Taschen. Und ich finde sie einfach voll geil. Die sieht einfach so erwachsen aus, ne. Ich meine, wir sind ja mittlerweile über 30. Da kann man auch mal ein bisschen erwachsener sein. Da muss es nicht mehr die, die olle Tasche von damals sein, die er sich zu seinem Berufsstart vor Jahren gekauft hat. Da darf es nun auch eine etwas hochwertigere Tasche sein. So, die Tasche zeige ich dir jetzt mal von nahem. So sieht die aus. Das ist halt wirklich ein wunderschönes Leder. Das sieht so toll aus. Das sieht nicht fleckig aus. Es sieht richtig schön natürlich aus. Fühlt sich richtig gut an. Also, das ist kein Wildleder. Jedenfalls fühlt es sich nicht an wie Wildleder. Es ist halt richtig schön robust. Tolles Material. Hier steht auch was drin. Handmade, Jeanwine, Leatherbags. Also, die sind handgemacht. Und Don Boyle so vertreibt halt diese Taschen und halt auch Geldbörsen und viele weitere Produkte. Diese Tasche kann ich dir mal auch in der Infobox verlinken. Ich habe sie auch auf Amazon gefunden tatsächlich, denn da sind die auch vertreten. Du kannst sie entweder als ganz normale Henkeltasche verwenden. Das finde ich aber ehrlich gesagt zu lehrermäßig. Oder du nimmst halt den Gurt, der hier mit dabei ist. Den kannst du hier an der Seite einklipsen. Der hat hier richtig schön gute Halter, wo man das entsprechend befestigen kann. Dann ist der Gurt selber auch richtig schön breit. Also, das ist echt klasse. Du hast dann hier auch verschiebbar eine Tragehilfe, würde ich das jetzt mal nennen, für den Schulter. Oder ein Schulterpolster ist es, genau. Dass es auf dieser Seite nochmal richtig schön gepolstert. Also, das wird auch sehr, sehr angenehm sein. Dann hast du hier die Möglichkeit, die Tasche entsprechend zu verstellen von der Länge her. Beziehungsweise den Träger. Was ich jetzt auch tun werde, weil ich werde sie jetzt ja probemäßig einmal für dich tragen. Ich wollte gerade anziehen sagen, aber eine Tasche kann ich nicht anziehen. Und mein Freund weiß schon, was er bekommt von mir. Und er hat sich, ja, er hat sehr darauf gehofft, dass ich endlich dieses Video drehe, damit er die Tasche auch endlich ab nächster Woche benutzen kann. So. Genau. Das ist jetzt auch ein bisschen tief. Ich könnte sie jetzt auch noch etwas höher stellen. Und so kann man die dann entsprechend tragen. Und ich finde die so toll. Das ist ein Geschenk, kein kleines Geschenk, aber es ist ein Geschenk, was man wirklich machen kann zum Jobstart. Was man für einen Studiengänger so schenken kann. Was auch richtig toll ist. Da kriegst du so, so viel rein. Für Geburtstage, für alles Mögliche, für Jahrestage, Weihnachten. Leute, das ist ein perfektes Weihnachtsgeschenk auch. Einfach mal eine schöne Tasche. Die hat auch so viele tolle Innentaschen. Also das zeige ich euch auch mal. Die hat hier vorne einmal einen Reißverschluss, wo du so kleinere Sachen reinmachen kannst, wo du halt schnell drankommen willst. Keine Ahnung, Schlüssel, Handy, alles sowas. Das kannst du hier vorne direkt reinmachen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Dann die eckige Form hier gefällt mir übrigens auch sehr, weil du dadurch einfach diese Staufläche auch gut nutzen kannst, dass es halt nicht so zusammengequetscht ist. Und es sieht dann einfach alles etwas hochwertiger und schöner aus. So, dann kannst du hier vorne die Klipser lösen und die Tasche hochklappen. Hast dann hier diese Tasche von innen, die sich auch extrem gut anfühlt. Sie riecht auch dezent und sehr, sehr angenehm. Dann hast du natürlich die beiden Taschen, die du hier vorne siehst, die großen. Da kannst du dann, keine Ahnung, Stifte reinmachen, das Pausenbrot, beziehungsweise, ja, Pausenbrot ist es ja in dem Sinne, ne? So eine schöne Butterbrotstose passt da gut rein. Da kriegst du als Büromensch einfach mal alles unter, ne? Du kriegst deinen Laptop unter, du kriegst deine Stifte unter, du kriegst da Visitenkarten unter. Wir haben hier einmal, hier hinten, ein ganz großes Fach, was nicht mit einem Klettverschluss, sondern mit einem richtigen Knopf verschlossen wird. Das heißt, ne? Hochwertig, Leute. Dann kommt hier der Laptop rein oder, keine Ahnung, etwas Kleineres, ein Tablet oder so, was man halt so auf der Arbeit braucht. Hier ist noch eine richtig, richtig, richtig intensive Polsterung drauf, ne? Also das ist richtig dick gepolstert. Das heißt, wenn du hier hinten deinen Laptop reinschiebst, kannst du hier vorne 1A, so einen schönen DIN A4 Ordner oder sowas reinstecken. Passt super. Hast dann hier nochmal zwei Handyfächer. Einmal, sag ich mal, für ein Handy, für ein Privathandy, einmal für ein Firmenhandy. Dann verschiedene Stiftetaschen. Und dann auch wieder Visitenkartentaschen. Das seht ihr schlecht, ne? Ja, ich glaube, so sieht man das dann auch besser. Hier hast du so viele verschiedene Taschen drin. Das ist der Wahnsinn. Du kannst echt so geordnet deine Sachen hier reinpacken. Hast dann hier auch nochmal eine richtig schöne Innentasche mit Reißverschluss. Die ich jetzt auch nochmal aufmache. Und da passt echt wieder einiges rein. Da kannst du auch wieder, keine Ahnung, Popmannie oder so reinpacken. Aber es ist einfach großartig, ne? Und mein Freund, der braucht auch einfach mal eine Tasche mit ordentlich Fächern und ordentlich Platz. Und da hat er jetzt auf jeden Fall etwas für die nächsten, sagen wir mal, 50 Jahre. Genau. Dann haben wir hier hinten nochmal Taschen. Das ist einmal hier. Ach, Wahnsinn, oder? Das ist eine richtig große Tasche. Die kannst du entweder als ganz normale Tasche verwenden. Oder, was auch richtig geil ist, wenn du auf Reisen bist, machst du das untere Ding auf. Und dann kannst du hier die Griffe von deinem Koffer, von deinem Koffertrolley oder so durchstecken. Hier einmal durch. Kommt dann hier oben raus. Und dann stellst du das so auf deinen Koffer drauf. Und fährst dann damit durch den Flughafen zum Beispiel. Also, Leute, ich denke, dass mein Freund sich sehr darüber freuen wird. Nein, ich weiß, dass er sich drüber freuen wird, weil er es tatsächlich auch schon in der Hand gehabt hat. Und ja, der hatte ein Strahlen im Gesicht. Das war jenseits von Gut und Böse fast schon. Das war so, so schön. Und ja, ich weiß, dass ich ihn damit sehr, sehr glücklich mache. Und dann wohl so, Leute, ganz ehrlich, ihr seid so geil. Vielen, vielen Dank. Ihr habt zwei Leute auf jeden Fall unfassbar glücklich gemacht. Und ich hoffe, dass ich euch auch in irgendeiner Art und Weise inspirieren konnte für vielleicht ein richtig tolles, richtig gutes Geschenk für jemanden an eurer Seite, in eurem Umkreis, den ihr gerne habt. Weil das ist ein Geschenk. Das sitzt. Und wie ja schon angekündigt, ist das hier ein extrem großer Haul. Ich habe noch ein paar Klamotten, die ich jetzt gerne anziehen möchte. Ein paar mehr. Und zwar bin ich etwas auf Amazon eskaliert und habe hier eine komplette Action-Titel voll mit Kleidung. Natürlich ist es auch viel Herbst- und Winterkleidung dabei, deswegen sehr voluminös. Aber wir probieren es doch einfach mal an. Starten möchte ich mal mit diesem Oberteil. Und zwar, ja, es ist halt so ein China-Oberteil. Aber ich habe es mir geholt, weil ich dachte, naja, es sieht so bequem aus. Und Leute, das ist es. Der Stoff fühlt sich etwas lala an und es sitzt halt sehr, sehr weit. Ich glaube, ich habe das auch in L oder so bestellt. Aber du hast hier zwei Taschen, die halt ziemlich bequem sind. Dieses Leo-Muster finde ich echt cool und es ist halt auch echt sehr, sehr flauschi. Ich würde mal auf 100% Polyester bei diesem Oberteil tippen. Aber die Arme sind lang genug. Das ist halt so ein richtiges Kuschel-Chill-Oberteil. Sehr lang, ne? Jo, fand ich ganz nett. Und ist halt hier komplett von in Leo, ne? Komplett flauschi. Ganz anders verhält es sich. Ja doch, das ist auch eher so ein Zuhause-Teil. Aber es ist voll geil. Das ist halt so... Ja, ich wusste, wie billig das aussehen wird. Beziehungsweise, dass der Stoff jetzt nicht so ultra hochwertig ist und so. Aber ich wollte einfach ein rosa Plüsch haben. Und ich habe jetzt ein rosa Plüsch. Mit Taschen. Easy peasy. Na großen Kapuze. Ne? Wenn ich möchte, kann ich mir hier noch natürlich Knöpfe oder sowas dran nähen. Oder keine Ahnung, das so umschlagen. Hat ein bisschen was von Bademandel, muss ich gestehen. Also ich habe einen weißen Bademandel, der dem hier sehr, sehr ähnelt. Aber ich finde es einfach voll gemütlich. Die Armbündchen sind jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Das sieht ein bisschen kacke aus. Aber so, wenn ich das so nehme, vielleicht ein bisschen hochkrempel. Und dann einfach nur so überwerfe. Einfach nur, um eben mal kurz was Kuscheliges anzuhaben. Weil es ist echt flauschig. Den habe ich mir auch noch gegönnt. Das ist einfach ein chilliger Pullover. So in einem Mintgrün. Ja, ne? Das ist einfach ein Chill-Pullover. Da kannst du einfach so ein schwarzes Top ganz locker drunter ziehen. Und den würde ich auch auf jeden Fall so auf der Arbeit tragen. Schön mit einem V-Ausschnitt. Und sehr lange Arme. Sehr lang geschnitten. Und dementsprechend, ne? Es muss ja nicht figurbetont sein oder so. Es ist gerade Herbst, Winter so für mich, dass ich sage, komm, nee. Wir sind einfach chillig unterwegs. Ja, deswegen. Also der Stoff ist ein bisschen durchsichtig. Fühlt sich aber schön an, muss ich sagen. Also man muss definitiv was drunter ziehen. Ansonsten wird man sich damit nicht wohlfühlen. Aber ich finde es großartig. Ne? Gefällt mir. 100% Acryl ist hier wieder der Stoff. Ein Kleidchen habe ich hier noch. Das liegt hier schon eine Weile. Ja, das ziehe ich erstmal über, weil sonst ist es schwierig, das so zu sehen. Habe ich in der Größe M, habe ich extra hier den Sticker noch dahin geklebt. Genau. Und das ist halt ein ganz langes Kleid und hat so ein grafisches Muster einfach drauf. Ja, ne? Das finde ich eigentlich ganz schön. So sieht es jetzt einfach getragen aus. Ich habe hier ja noch meinen Top drunter und meine Jogginghose in Wolf bei mir. Und es ist wirklich, ähm, bei mir mit meinen 1,73 Meter geht mir das bis zum Boden. Also so ein Mini-Stückchen ist es noch über dem Boden. Das kann ich euch ja gar nicht wirklich zeigen, ne? Aber was ich euch zeigen kann, ist wie schön es aussieht. Und so, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein extrem riesengroß, fetter, krasser Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!